jo hallo und servus und herzlich willkommen zu einer neuen runde bam boom bang wir spielen battlefield 3 zufalls loadout und diese runde wieder auf noscha kennels team deathmatch und wir spielen den versorger und jetzt gucken wir doch gleich mal was wir hier erwischen fangen wir mal mit der waffe an und wir dürfen spielen mit der m60 e4 gut entscheidet sich nur noch mit oder ohne zwei bein mit zwei beinen sehr gut also eine waffe die ordentliche bums macht dazu haben wir die g17 c munitions kiste und ein na wie heißt armbrust und wir bekommen niederhaltung niederhaltung das ist gut so jetzt rutschen wir mal ein bisschen rum jetzt kommen sie doch die schnittchen wurde ich einfach so weggespaßt wie viel mun hat die eigentlich so den haben wir da habe ich nicht gut gezielt schon wieder der typ mit der schrot verdammt da hatte ich jetzt gerade meine hände von der maus weil ich mir kurz mal die hände trocknen wollte sollte man nicht machen oh no Hilfe bei kill lame oh da kamen wir noch ein paar rum oh scheiße das läuft nicht da ist man echt so ein bisschen aufgeschmissen mit dem ding gerade im nahkampf vielleicht sollte ich irgendwie mein zweifbein eieiei na immerhin doppel kill so den haben wir oh da ist einer ach komm wonderer journey oh ne irgendwie läuft das gerade noch nicht ist nicht so geil ach komm das kann nicht wahr sein dass das kein direkter kill war mit der granate die granaten sind doch sonst zu geil so so double kill oh da hatten wir glück ah menno so so der gehört mir der auch ja wenn man wenn man die leute mal drauf hat dann kann man da wirklich gut was mit wegschießen weil die waffe doch ordentlich damage macht aber man muss eben erst mal die gegner auf die gewisse distanz dann bekommen ansonsten ist es ein bisschen schwierig oh wer gehört zu mir verpiss dich mal oh nein lass mich doch ja das war doch klar weil der typ mich da hinten geblockt hat ey wahnsinn das kann nicht sein oder dass ich da als keinen getroffen hab das ist echt ne schande ganz ehrlich ich krieg keinen mehr vor die flinte ist echt arm ist die runde auch gleich schon wieder vorbei und ich mach irgendwie niemals spawnen ich spaw uns jetzt gleich hinter mir ja scheiße ja ja war jetzt nicht so premium ist halt irgendwie schwierig im nahkampf mit dem ding ja 14 9 ne bin ich nicht zufrieden ganz ehrlich das lief nicht so toll zwischendrin mal so eine kleine phase gehabt da ging es aber ne war keine so tolle runde aber sei es drum hoffentlich hat es auch so ein bisschen spaß gemacht wenn das der fall ist ja gebt mir gerne einen daumen nach oben lasst mir ein abo da oder einen kommentar würde mich freuen und dann sehen wir uns einfach das nächste mal wieder und ich bin promoviert worden yeah 37 oh gott ist das anselig aber gut dann sehen wir uns einfach das nächste mal wieder wenn es wieder heißt bambo bang wir spielen battlefield 3 zufalls loadout machts gut bis bald und servus servus im 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 im